Hallo Freunde, mein Name ist Famulus. Im heutigen Video geht es um die organische Säure Kreatin und was dieser Stoff in unserem Körper bewirkt. Kreatin, oder auch früher Methylguanin-Essigsäure genannt, wurde schon 1832 entdeckt. Es ist ein körpereigener Stoff, der in Leber, Pankreas, also die Bauchspeicheldrüse und Nieren gebildet wird. Dieser wird aus den Aminosäuren Glycin, Arginin und Methionin synthetisiert. Pro Tag werden ca. 1-2 Gramm Kreatin vom Körper selbst gebildet. Aus der Muttermilch, aus tierischen Produkten und vor allem aus Fisch wird zusätzliches Kreatin über die Nahrung aufgenommen. Hierbei können in einem Kilogramm rohem Hering bis zu 10 Gramm Kreatin vorliegen. Das körperliche Speichervermögen wird jedoch auf ca. 4-5 Gramm geschätzt. Übermäßig aufgenommenes Kreatin wird ergo als Kreatinin über die Nieren ausgeschieden. In der Muskelzelle wird das durch die Nahrung aufgenommene Kreatin durch die Kreatinkinase, was ein Enzym ist, und mit ATP zu Kreatinphosphat phosphoryliert. In unserem Körper liegen literaturabhängig ca. 120-140 Gramm Kreatin in Form von Kreatinphosphat vor. Über 90% vom Kreatinphosphat befindet sich in der Skelettmuskulatur, wobei hohe Konzentrationen vor allem in den Typ 2 oder auch fast-twitsche Muskelfasern aufzuweisen sind. Der Rest ist in Herz, Hirn, Nerven, Augen und wenn vorhanden in Spermien gespeichert. In diesen Organen stellt das Kreatinphosphat Energie bereit und hält somit deren Funktion aufrecht. Bei kurzen Trainingssätzen bedeutet dies also, Kreatinphosphat stellt nach dem ATP-Zerfall noch zusätzlich Phosphorylgruppen zur Verfügung, um eine optimale anerobe Energiegewinnung zu gewährleisten. Mehr über die Energiebereitstellung gibt es im folgenden Video. Kommen wir zu den physiologischen Wirkungen des Kreatins. Bei kurzfristigen Phasen hochdosierter Kreatineinnahmen kann es zu einer Leistungsverbesserung kommen. Dabei bewirkt Kreatin eine Leistungssteigerung bei kurzen, sich wiederholenden Belastungen hoher Intensität, was zum Beispiel dem Krafttraining auf anaerober Basis entspricht. Demgegenüber gibt es beim aeroben Ausdauertraining keine signifikanten Leistungssteigerungen zu verzeichnen. Im Vergleich dazu bewirkt eine langfristige, gemäßigte Kreatineinnahme zum einen eine erhöhte Wasserretention in der Muskelzelle, wobei 1g Kreatin ca. 23g Wasser bindet, wodurch das intrazelluläre Volumen wächst. Und zum anderen ein erhöhtes Muskelwachstum durch die Zunahme des Muskelglykogens, welche eine Folge der Glykogen-Superkompensation ist. Insgesamt kommt es also zu einer fettfreien Gewichtszunahme. Weitere Nebenwirkungen des Kreatinkonsums können eine verzögerte neuromuskuläre Ermüdung und eine gesteigerte Krampfneigung sein. Eine mögliche Ursache hierfür ist ein Mangel an freiem Magnesium, da Kreatinphosphat dieses binden kann und ein Magnesiummangel die Folge ist. Des Weiteren fördert eine langfristige Kreatineinnahme von ca. 2-4g am Tag die kognitive Gehirnleistung, was vor allem für Personen mit vermindertem Fleischkonsum interessant ist. Zusätzlich wirkt Kreatin präventiv gegen neurodegenerative Krankheiten, z.B. die Alzheimer-Krankheit, da es eine Schutzfunktion für Hirn- und Nervenzellen übernimmt. Kreatin reduziert nämlich die Anzahl an Lipofoszin, auch Alterspigment genannt, und die Anzahl an freien Sauerstoffradikalen im Organismus. Aus heutiger Sicht ist eine langfristige Kreatineinnahme von ca. 5g am Tag unbedenklich. Sogenannte Ladephasen mit 20g Kreatin täglich sind ineffektiv und können zu unerwünschten Nebenerscheinungen wie z.B. zu Blähungen oder Mundgeruch führen. Außerdem können hochdosierte Einnahmen auf Dauer die Nieren schädigen. Letztendlich ist noch auf die Herkunft des Produkts zu achten, da zuverlässige internationale Qualitätskontrollen fehlen und somit Verunreinigungen mit Dicyandiamid, Dhydrotriazin, Thioharnstoff oder mit dem Abbauprodukt Kreatinin nicht auszuschließen sind. Ich hoffe das Video hat Dir gefallen. In meinem nächsten Video thematisiere ich die Auswirkungen von Kreatin auf die Zuckerkrankheit, Diabetes mellitus und warum die Kreatineinnahme bei dieser Erkrankung gefährlich werden kann. Falls Du noch da bist, gib mir doch bitte einen Daumen nach oben, konstruktive Kritik und für regelmäßige Videos kannst Du noch ein kostenfreies Abonnement abschließen.